Vera, du hättest sprechen können. Das hättest du mir sagen können. Bitte. Oh, es ist nicht so, dass es nicht Kunst ist. Es war Kunst. Vielen herzlichen Dank. Ja, ich mache wieder einen Ruck. Das ist mal von Laura Beck. Das Stück heißt Tieflingsmenschen und ich bin die Anna. Nick. Sven hat mich angerufen. Ich habe mich gefreut, dass jemand mich anruft. Aber er hat nur gesagt, er ist ja nach Hause gekommen. Willi, du bist so komisch da. Sven ist so jung gekommen. Er hätte den Krankenwagen rufen müssen, warum ruft er mich an? Ich wollte nicht hingehen, aber er liegt nicht so komisch da. Habe ich ihn gesehen? Ja, hat er sich irgendwas gespritzt? Ich dachte eben, wenn, dann würde sich Philipp erschießen. Philipp war es doch immer egal, wie er aussieht. Aber er hatte sich irgendwas gespritzt. Vielleicht wollte er noch ein Experiment mit sich durchführen. Vielleicht wollte er seinen Körper der Medizin hinterlassen. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Philipp hat sich eben immer etwas gedacht. Er denkt immer, aber anders als wir. Das ist so schön. Findest du nicht, dass Philipp schön ist? Wir beide waren nichts Besonderes. Aber es war ich. Philipp hatte mich und sein Studium. Mehr kann man doch gar nicht verantworten, wenn man ehrlich bleibt. Hat er mal gesagt. Und das stimmt doch. Findest du nicht, dass das stimmt? Und ich? Ich wollte unbedingt was erleben. Je mehr man erlebt, desto mehr ist man auch was, habe ich gedacht. Philipp hat auch viel erlebt. Ja, hat einfach nie davon erzählt. Alle erleben, um zu erzählen. Er eben nicht. Er hat doch recht. Findest du nicht, dass er recht hat? Das Schöne ist eben zu spach. Das habe ich doch schon herausgefunden. Theoretisch. Und Philipp hat nicht die ganze Zeit gelernt. Er hatte einfach keinen Bock, mit euch herumzusitzen. Vielen Dank. 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 weil eure Hände zu schmutzig und zu schwierig waren. Ihr, ihr hattet doch auch mal Träume. Aber jetzt seid ihr nur noch frustriert. Vergraben in Kummer und Sorgen. Verkrochen in Ängsten, Neid und Geiz. Verblasen. Ihr habt es euch bequem gemacht in euren Verlobenheiten. Ja, ihr lügt euch jetzt was vor. Die Welt lügt ihr euch zurecht. Gegenseitig belügt ihr euch und glaubt, dass das ein Leben ist. Ein Lügenleben. Lügen spüren mir eure Suppe. Und Lügen schmiert ihr euch als froh daran. Nicht mit mir. Ich gehe weg von mir. Ich gehe weg von diesem Obst- und Gemüseland. Ich gehe weg von euch. Von euren Schnapsflaschen und euren selbst gedrehten Zigaretten. Ihr glaubt, ich werde als Bure an der Grenze enden. Ihr glaubt, ich werde froh sein müssen, wenn Lastwagenfahrer hier bleiben und der Lastwagenfahrer Fleisch an mir erleichtert. Das glaubt ihr doch. Dass ich als Mutter enden werde. Als einer, der man alles rein stopfen kann. Ich glaubt, ich werde mir Netzstrümpfe anziehen. Mir die Haare rücken und gehen und Zigaretten rauchend am Straßen anstehen. Vielleicht. Aber ich habe es versucht. Ich bin nicht hier gewesen und verfault. Scheiß Gemüse. Hier, wo einer der Hunger auffrisst. Wo, wenn unser Eins geboren wird, sich niemand freut. Nur jeder denkt, wieder ein Essermär. Und wenn ich meine Nieren verkaufen muss, werde ich doch sagen können, ich habe es versucht. Ich habe mich nicht abgefunden. Und deshalb küss mich Mama. Küss mich Papa. Und verdammt mich nicht. Auch wenn ich schlecht werden muss. Ich bin jung. Ich habe Hoffnung. Das ist alles. Aber ich bin nicht. Ich gehe. Ich gehe über die Grenze. Und wenn sie mich zurückschicken, dann gehe ich noch einmal. Und noch einmal. Ich gehe in den Land, die mir so viel zu essen gibt. Dass man uns wegschmeißt. Wo sogar Obst und Möse nach etwas schmeckt. Nach Sauberkeit und Sicherheit. Wo alle dicke Brieftaschen zwischen den Schenkeln tragen. Wo Brieftaschen die intimste Körper erfüllen sind. Das hat gehe ich. Weil Kinder die Träume ihrer Eltern verwirklichen müssen. Und weil ihr immer davon geträumt habt wegzugehen. Das hat gehe ich. Für euch. Statt euch. Baby. 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 Anna und Daniel und Göln. Und die Mähre bricht dann auch auf nach Berlin, um ihre Wese knacken. Ja, ich bleibe in Graz, dabei zumindest, aber Mozart und Schubert halten mich nicht davon auf, mir meinen Traum so glücklich mit meinem Beyonce-Outfit aufzunehmen und so mache ich auch weiter, also es kommt eine Mozart-Arie, ich spiele und singe die Judith, Judith geht in die Stadt Petulia, um Holoferes zu enthaupten. Musik 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 Applaus Genau, und jetzt kommt unser letztes Stück mit der Glühmacht der jungen Nonne. Musik 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, Trost, es ist der Schmerzen wert, dies Leben. Solange uns eine Gottes Sonne scheint und wieder besserer Zeit in unserer Seele schweben. Und auch mit uns ein treu ist ein Treu ist ein Treu ist ein Treu ist ein Treu. Applaus Ja, es ist der Schmerz wert, das ist der Schmerz wert, dies Leben. Danke, dass ihr euch rausgewagt habt. Es ist der Schmerz. Danke. Applaus Applaus